Ja, das sind so die Standardgesellschaftssprüche in unserem Stadt der Arschputzer. Volksschullehrer, das ist, finde ich, ein Beruf wie z.B. ein Mechaniker. Aber als Weicher bin ich noch nie da gesellt worden. Man sieht die Welt schon ein bisschen anders nachher, mit anderen Augen, wenn man in so einem Bereich arbeitet. Ich möchte jetzt auch irgendwie das Gefühl haben, dass ich in meinem Leben etwas gemacht habe, was Sinn gehabt hat. Bis zum nächsten Mal.